ja guten tag und willkommen zu meinem ersten erklärvideo das hier ist voraussichtlich eines von drei vielleicht werden es auch etwas mehr ich bin mir noch nicht so sicher über den genauen weg wie wir hier durch diese thematik durchkommen video bei dem ich euch versuche generell crypto netzwerke näher zu bringen es ist für manche leute vielleicht ein sehr technisches thema und wird von mir aus sehr technisch behandelt genau wie die folgenden videos falls du ein absoluter anfänger bist es vielleicht besser wenn du dir andere videos anschaust ansonsten freue ich mich natürlich wenn du dabei bleibst meine motivation diese videos zu machen ist auch meine reise auf der erkenntnis was ist besser proof of work oder proof of stake und ich versuche eine für mich dann vertretbare gewichtung dieser thematik zu finden weil ich immer wieder in solche diskussionen gerate und dort jetzt klarheit auch also alles was ich mir hier praktisch an meiner tafel erarbeitet habe möchte ich euch jetzt in videos erklären und ich hoffe es bringt einfach irgendjemandem was am ende steht hoffentlich die erkenntnis also zumindest für mich was ich besser finde in welcher situation und in welchen abhängigkeiten das ist ganz wichtig dass es keine frage die man einfach ultimativ stellen kann und wenn es mindestens einem von euch hilft irgend oder oder wenn einer von euch irgendwas lernt dann war war es den aufwand naja wert würde ich nicht sagen aber dann ist es toll okay hinter mir ist meine tafel dort werden wir auch nachher drauf malen ich habe hier links von mir also auf der rechten seite bräuchermonitor schätze ich ein blog an wörter das sind wörter die alles und begriffe die alles irgendwie die alle irgendwas mit der blog 10 blockchain zu tun haben blockchain ist dieses wort in der mitte und wird sehr häufig als überbegriff verwendet für all das was ich jetzt erkläre aber eigentlich ist eine blog chain relativ simples konstrukt und eigentlich gehört zur blog chain auch erst mal gar nicht alles das was man sonst noch damit in verbindung bringt allerdings ist es so dass ich in diesen videos auch nicht zu viel klug scheißern möchte das heißt wenn ihr jetzt lernt mit können ist ja nicht nur blog chain oder so ist es zwar korrekt aber das nur so ein tipp den ich euch mitgeben möchte wenn jemand für so ein netzwerk bitcoin oder ethereum oder irgendein anderes jetzt das wort blockchain nutzt dann macht ihn nicht sofort zur sau okay wir müssen eigentlich ein paar begrifflichkeiten klären aber ich sag mal so es ist auch ein bisschen es ist auch ein bisschen in der verantwortung des zuschauers sich dann selbst zu informieren denn wenn ich wirklich in der tiefe eingehe auf diese ganzen dinger die hier stehen dann müsste ich eigentlich für jedes ein eigenes video machen und das ist natürlich völlig unmöglich weil ich nur sehr begrenzte zeit habe für diese kleine videoreihe ich möchte trotzdem ein paar begriffe erklären ganz einfach weil wir die verwenden und die vielleicht nicht jedem geläufig sind falls ihr sie in dieser erklärung nicht versteht dann bitte ich euch dass ihr einen kommentar schreibt oder das selbst recherchiert oder dass ihr in den telegram channel kommt indem ihr dann solche fragen auch stellen könnt gut was ist eigentlich eine block chain also eine block chain ist ein konstrukt bestehend aus blöcken man nennt das block chain weil man diese blöcke aneinander hängt also es ist eine kette von blöcken block chain so einfach ist es diese block chain oder diese verbindung zwischen diesen blöcken wird mit einem hash im jeweiligen block der den vorherigen block referenziert also technisch meistens den hash des vorherigen blocks referenziert indem man den hash von dem vorherigen block einfach in diesen nächsten block reinschreibt und aber der nächste block also der neue block der den vorherigen block mittels hash referenziert da bildet man wieder einen hash drüber und der der nächste block der dann kommt nimmt halt von dem vorherigen wieder den hash auf und so läuft das halt immer weiter in der informatik manche leute könnten da auch sagen es so was wie eine verlinkte liste oder so das problem ist dass block chains auch komplexer werden können es kann nämlich zu sogenannten forks dieser block chain kommen und dann kann es zwar sein dass wir hier jetzt ein block haben aber dass auf diesem einen block zwei blöcke aufbauen und das netzwerk dann irgendwie ermitteln muss welcher dieser beiden neuen blöcke wird denn dann der gewinnende block damit es auch weiterhin eine block chain bleibt was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen dieses video hier soll eigentlich projekt agnostisch sein das heißt es geht hier gar nicht um bitcoin oder um ethereum sondern es geht um alle herkömmlichen block chains es stehen hier trotzdem zwei begriffe drauf nämlich einmal utxo und einmal account basiert und es steht auch block producer hier anstatt von meiner oder validator das sind also ich gehe jetzt kurz darauf ein nur falls ich mich nachher verblabber oder irgendwie durcheinander kommen dass ihr trotzdem versteht was ich meine ein block producer ist das was blöcke produziert sprich bei bitcoin wäre das ein miner bei einem proof of stake netzwerk wäre das eine validator node oder sowas oder auch masternode vielleicht genannt gibt dort ganz viel marketing und so weiter und ganz viele unterschiedliche begriffe jedenfalls block producer ist ein überbegriff der für alle dinge gilt die halt in irgendeiner form blöcke produzieren nein also in minecraft nachher egal okay also utxo ist ein modell welches von bitcoin verwendet wird ein utxo ist eine anspende trans ein anspende transaction output und solange der anspende ist kann man geld das da drauf liegt also bitcoins überweisen auf andere utxos wenn diese überweisung aber passiert ist ist es kein anspende transaction output mehr sondern ist es gespendet also ausgegeben das ist wie bitcoin praktisch die funds track sozusagen während bei zb ethereum und auch sehr vielen proof of stake netzwerken ein account basiertes modell verwendet wird sprich der dort wo die funds drauf liegen ist praktisch ein private public private key konstrukt das aber wieder verwendet wird während ein utxo nicht mehr wieder verwendet wird okay ab sofort bemühe ich mich danach zu gucken dass es jetzt wie gesagt projekt agnostisch bleibt und ich hoffe ihr kommt damit einigermaßen zurecht um jetzt zu verstehen wie wie so ein blockchain system insgesamt funktioniert denke ich mir machen wir einfach mal ein beispiel aus benutzersicht ein beispiel aus benutzersicht ist dass ein benutzer eine transaktion signiert das bedeutet im prinzip auf in diesem block chain system hat ein benutzer ein konto mit einem public und private key der public key ist das was überall bekannt sein darf der private key sollte geheim gehalten werden der private key wird aber dazu verwendet um anderen gegenüber glaubhaft zu machen also zu signieren dass diese operation die man jetzt durchführen möchte tatsächlich im interesse von dem halter des private keys ist denn es denn dieses signieren ist ein mathematisches verfahren wo man praktisch sicher stellt dass nur der der auch den private key kennt diese transaktion abschicken konnte alle anderen die den public key kennen kennen sind dann in der lage zu überprüfen ob diese signatur korrekt ist oder ob das vielleicht betrugs versuch ist oder so wenn man diese transaktion signiert hat ist es im prinzip wie wenn man diesen ich weiß gar nicht wie alt ihr seid vielleicht kennt ihr das auch nicht aber wenn man so ein überweisungsträger ausfüllt und dann zur bank bringen will das zur bank bringen ist im prinzip nachher der schritt zwei nämlich es wird über eine netzwerktechnologie an eine note übermittelt und diese note verteilt das sind alle anderen das passiert über das gossip protokoll das gossip protokoll hat in diesem video aber extra einen eigenen abschnitt das heißt es wird auf jeden fall noch erklärt weil das wichtig ist für die spätere sicherheitsbetrachtungsweise genau wenn diese transaktion aber in also nicht habe aber wenn diese signation wenn diese transaktion die signiert ist dann im mempool ist verteilt die sich wie gesagt über alle notes und irgendwann wird im netzwerk ein blog producer einen neuen blog erzeugen und den an die blockchain anhängen genau das ist im prinzip das verfahren wenn dieser blog angehangen ist an die blockchain dann also eigentlich sagt man man sollte eine gewisse anzahl blöcke warten einfach um sicher zu gehen dass keine reorganisation der blockchain kommt da reden wir dann in beim jeweiligen sicherheitsmechanismus noch mal drum aber man kann im prinzip sagen sofern das an der blockchain angehangen ist gilt die transaktion als naja als bestätigt also man kann zumindest mal sagen dass ein meiner sich relativ sicher ist dass die transaktion an für sich stimmen dass die signatur zur transaktion okay ist man wartet aber trotzdem ein paar blöcke einfach um sicher zu gehen dass wie gesagt keine reorganisation dieser blog chain passiert es ist nicht teil dieses videos wie so eine reorganisation der blockchain ausschaut denn das ist auch unterschiedlich je nach sicherheitsmechanismus also je nach ob man jetzt proof of work oder proof of stake verwendet okay also so funktioniert für den benutzer erst mal all das ich habe jetzt erklärt wie funktioniert signieren utx o gossip protokoll bleibt noch was ist eigentlich konsens und erst mal noch was ist ein hash ich habe vorher schon gesagt ja es gibt ein hash über einen blog und es gibt dann auch diesen hash vom vorherigen blog im nächsten blog einfach damit diese kette sich so referenziert also dass die kette diese blöcke referenziert ein hash ist ein mathematisches verfahren um irgendwelche daten zu reduzieren auf meistens eine fixe länge sehr häufig kommt bei solchen kryptosystemen oder jetzt zum beispiel gerade bei bitcoin kommt sh a 256 zum einsatz das ist ein hash algorithmus der aus den daten die man diesem algorithmus gibt ein hash macht der 32 byte lang ist 32 mal 8 ist 256 deshalb sh a 256 ist einfach die bit länge sozusagen von diesem hash algorithmus das besondere an diesem hash algorithmus ist wenn man den hash hat kann man nicht darauf zurückschließen was für daten diesem hash zugrunde liegen das ist natürlich nicht ganz korrekt also wenn man zum beispiel keine ahnung wenn man weiß dass so ein hash zum beispiel über eine datei gebildet wurde und man weiß auch diese datei ist irgendwo auf einer festplatte dann kann man zum beispiel einfach alle diese dateien hashen und dann findet man schon raus zu welcher datei sozusagen dieser hash gehört ist also ist also nicht irgendwie ein verfahren zur verschlüsselung sondern es ist ein naja gerade zum beispiel bei bitcoin ein verfahren das auch sehr schnell hintereinander ausgeführt werden kann von spezialisierter hardware ach stimmt konsens das richtig praktisch dass ich dieses dass ich dieses ding hier habe es gibt jetzt zwei dinge die man oft mit konsens verbindet proof of work und proof of stake sind eigentlich oder werden eigentlich auch konsens mechanismen genannt oder so die heißen deswegen so weil sie den konsens darüber bilden welche transaktionen jetzt sozusagen bestätigt sind weil sie ein weil sie den konsens bilden der alle signierten transaktionen oder hoffentlich nur alle signierten transaktionen in blöcke gießt technisch würde man aber proof of work oder proof of stake eher als sicherheitsmechanismus beschreiben sprich konsens hat aber noch eine oder was ist sprich konsens hat noch eine zweite bedeutung und zwar ist es so dass konsens auch insgesamt die einigung darüber ist welche regeln im netzwerk gelten sollen vielleicht hat der ein oder andere schon oder wahrscheinlich habt ihr alle schon davon gehört dass es auch was anderes als bitcoin gibt es gibt nämlich sehr viele netzwerke zum beispiel die von bitcoin weggeford sind und dazu gehört zum beispiel dogecoin oder litecoin gibt aber auch netzwerke die die ganze chain mit geforgt haben so bitcoin cash oder gold oder keine ahnung satoshi vision ich weiß nicht wie es da wirklich ist ob das das komplette netzwerk geforgt wurde die komplette blockchain geforgt wurde oder nur die software jedenfalls verwenden diese alle einen unterschiedlichen konsens zum beispiel bei dogecoin gibt es glaube ich kein limit und ein miner kriegt eine irrsinnige anzahl an dogecoin wenn man das meint während 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 zum beispiel bei bitcoin ist klar es darf nur 21 millionen geben und der block reward ist halt jetzt 6,25 bitcoins oder so und halbiert sich halt nach irgendeiner regel alle diese regeln wie diese kette funktioniert ist im prinzip der konsens mir fällt gerade auf dass obwohl ich das projekt agnostisch machen wollte ich sehr viele bitcoin beispiele bringe aber jedes mal wenn ich kurz davor bin so was zu sagen überlege ich mir eine alternative formulierung und dann fällt mir aber immer wieder auf dass halt sehr viele leute vom block trainer hierher gekommen sind und ihr vor allem jetzt wenn ihr anfänger seid hat wahrscheinlich mit den bitcoin begriffen besser zurecht kommt deswegen ja ich habe versagt dabei das projekt agnostisch zu machen ok ich weiß nicht ob ich den mempool korrekt oder schon ordentlich erklärt habe eigentlich glaube ich nicht der mempool ist ein ein daten storage der über alle nodes geteilt wird das heißt wenn eine node also eine software node von diesem netzwerk eine transaktion bekommt dann verteilt die diese diese information über diese signierte transaktion an alle anderen oder nodes weiter und an der stelle kommen wir jetzt schon zum gossip protokoll für das gossip protokoll habe ich hier meine nodes das hier sind jetzt nodes eines eines kryptosystems also meinetwegen von bitcoin oder ethereum und diese nodes sind meinetwegen schon miteinander verbunden wichtig ist die rote node das sind wir also wir sind rot in diesem fall ist es wahrscheinlich nur in diesem video so bei allen anderen ist wahrscheinlich rote angreifer oder so und ich würde jetzt einfach sagen es gibt hier schon verbindungen so und ich möchte jetzt kurz mal durchgehen wie so ein netzwerk überhaupt startet einfach nur grundsätzlich als erklärung wir setzen hier eine neue node auf und das erste was diese node macht ist natürlich sie initialisiert irgendeine datenbank best sich auf der festplatte und so weiter aber irgendwann möchte sie ans netzwerk verbinden also mit irgendwann meine ich so nach einer sekunde oder so und dann ist das erste was diese software macht sie schaut in ihrer nachbar datenbank nach nachbar datenbank sind im prinzip alle nodes die die sie kennt wenn diese node das erste mal startet hat sie überhaupt keine erfahrung und wissen über das netzwerk außer die nodes die hard codiert in der software stehen und das sind so genannte ich sage es einfach mal so genannte master nodes oder sowas die master node zum beispiel node nummer a also gelb ist jetzt hier in unserem fall die master node ist die die unsere node kennt und vielleicht noch technisch dazu also im code steht dann zum beispiel halt die ip adresse von a oder die ipv6 adresse oder meinetwegen auch einen tor hidden service oder sowas ist völlig egal vielleicht vielleicht ist ist hinter a auch nur ein gewisser taubenschlag oder irgendwas ja so e weiß dann er muss eine verbindung zu a herstellen wenn er das gemacht hat und bei diesem gossip protokoll kann es viele verschiedene implementationsweisen geben das heißt nicht dass es immer ganz genauso funktionieren muss wie ich das hier sage gibt es meistens eine möglichkeit dass entweder sowas sagt wie hilfe ich kenne niemanden dann schickt er also bei hilfe ich kenne niemanden an a und a sagt dann hey kein problem ich habe nachbarn die ich kenne nämlich d und c oder das gossip protokoll könnte auch so implementiert sein dass es sowas sagt wie das e die verbindung herstellt und a sagt grundsätzlich hey hallo neuer verbindender ich kenne übrigens c und d auch noch oder so gut das heißt im endeffekt das e sich jetzt merken kann dass es auch noch d gibt und c und a gibt und c und a gibt das a verrät zu c und d auch noch die ip adresse oder was auch immer notwendig ist um die halt zu erreichen und wenn also e wird dann wenn sie wenn 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 die weiteren nachbarn kennenlernt halt vielleicht noch eine weitere verbindung herstellen meistens stellen solche netzwerke zwischen fünf und zehn verbindungen her und wenn also einzelne e hat jetzt zum beispiel eine verbindung zu d und a gemacht an der stelle kann es übrigens schon einen angriffsvektor geben den ich einfach nur kurz erwähnen möchte und das wäre ganz einfach wenn eine ein government ein staat oder wer auch immer alle diese masternodes übernimmt dann können die masternodes zum beispiel andere ip adressen zurückmelden und unsere note die startet obwohl sie dem eigentlichen bitcoin konsens und so weiter folgt hätte zum beispiel nie die möglichkeit noch festzustellen wer ob sie ob sie ob sie teil des richtigen netzwerks ist das müssen wir uns im hinterkopf behalten denn sowas denn sowas passiert natürlich auch oder sowas gehört auch in die argumentations kerbe manche leute für sicherheitsrelevante sachen die wir nachher bei proof of stake vielleicht noch sehen ok machen wir mal dieses beispiel von hier oben und zwar ich würde einfach sagen an b an b ist ein miner angeschlossen oder b ist ein block producer und jetzt passiert das e named man der firma orange oder so e möchte also e macht jetzt folgendes bzw das macht nicht unbedingt die note e sondern der user der verbunden ist zu e user Dieser User, der verbunden ist zur E, der signiert jetzt diese Transaktion. Das heißt, da nehmen wir einfach mal ein Dreieck. Wir nehmen jetzt ein Dreieck. Das ist eine Transaktion und die schickt er an die Node. Sehr häufig ist es auch so, dass Nodes zum Beispiel auch Selbsttransaktionen schicken können oder irgendein User Interface haben oder sowas. Hier ist man also völlig frei als Entwickler eines Blockchain Clients, wie man diese Software gestalten möchte. Wenn E jetzt diese Transaktion hier enthält, also hier diese signierte Transaktion, dann wird die sich im Netzwerk verteilen. Das heißt, E macht nichts anderes, als dass diese Informationen an A und D geschickt wird. Das heißt, im Mempool von D und auch im Mempool von A ist jetzt diese Transaktion. Und A und D machen genauso nichts anderes, als wie dass sie diese Transaktion weiterschicken. So, jetzt hat das komplette Netzwerk diese signierte Transaktion und, also sprich, das Senden hier in Mempool war eigentlich schon dieses hier. Habe ich jetzt schlecht gemacht. Hätte ich gleich unterstreichen sollen. Ich hoffe, ihr kommt damit trotzdem zurecht. Also gut. Und dann ist es so, dass irgendwann B das Glück hat oder dazu verdonnert wird, einen Block zu produzieren. Und B macht dann nichts anderes, als wie dass es in der Blockchain, in den nächsten Block, diese Transaktion mit aufnimmt, was dann im Prinzip diese Operation ist. Beziehungsweise jetzt sind wir an der Stelle und jetzt warten wir. Und, also wenn wir hier jetzt noch so die Blockchain einmalen, vielleicht, ja, nehme ich diese Farbe lieber. So, meinetwegen haben wir eine Blockchain hier von drei Blöcken und hier jetzt noch von zwei. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so in schnell kurz hinmalen muss. So, also nachdem B sozusagen den nächsten Block produziert hat, gemeint hat, wie auch immer, kennt B drei Blöcke. Die drei Blöcke, die es kennt, kennt aber bisher nur B und nicht die anderen Nodes. Und jetzt macht das Gossip-Protokoll wieder, was es macht. B übermittelt diesen neuen Zustand an alle seine Nachbarn, also in dem Fall an C und D. Sprich, wir haben hier dann, also die Note Nummer D hat dann das Wissen über den dritten Block. Die Note Nummer C hat das Wissen über den dritten Block. Dadurch bekommt das Wissen über den dritten Block auch Note A und E. Und mit diesem Zeitpunkt weiß dann der User, indem er mit einer API bei Note Nummer E anfragt, dass hier jetzt ein neuer Block dazukam und er weiß auch, wenn er diesen Block analysiert, dass da drin im Prinzip ganz klein, ganz klein diese Transaktion mit drin ist, zusammen mit anderen Transaktionen. So, ich hoffe, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Und dadurch, damit diese Notes dann sehen, hey, diese Transaktion scheint jetzt offensichtlich in einem Block zu sein, wird diese Transaktion hier auch aus dem Mempool gelöscht. So, dann lassen wir die überall aus dem Mempool, zack, weil es ist jetzt Teil der Blockchain. Okay, also so funktioniert die Kommunikation grundsätzlich. Und dabei gibt es jetzt natürlich wieder sehr viele Dinge, also Entscheidungen zum Beispiel, die man treffen kann und an denen man halt dann, ja, die man auch von Projekt zu Projekt zum Beispiel abändern kann. Eine weitere Frage ist noch, wo läuft jetzt eigentlich dieser Konsens? Und auch dort haben Netzwerke eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Zum Beispiel könnte man ja sagen, dass das Netzwerk grundsätzlich jeden Inhalt der Blockchain von jeder Note überprüfen, also jede Note muss jeden Block, der neu hereinkommt, überprüfen. Und dann ist auch die Frage immer, in welchem Ausmaß zum Beispiel. Ausmaßtechnisch ist es so, dass ein Blockproducer auf jeden Fall solche Dinge überprüfen muss, wie zum Beispiel, habe ich einen sogenannten Double Spend? Es ist eventuell, also je nachdem, wie man halt sich dazu entscheidet, diese Blockchain zu designen, es ist eventuell nicht notwendig, dass jede dieser Notes überprüft, wenn die einen neuen Block bekommt, der ansonsten formal korrekt ausschaut, damit jede dieser Notes auch wirklich gegenchecken muss, ob ein Double Spend passiert ist. Es gibt nämlich Verfahren, in denen zum Beispiel sogenannte Pruned Notes oder halt reduzierte Notes nur die letzten Blöcke im Detail kennen und ansonsten eine Art Snapshot haben oder einfach den Minern vertrauen, dass die Blöcke, die halt dann produziert werden, schon korrekt sind. Jetzt habe ich Miner gesagt, ich meine natürlich Blockproducer. Genau, das heißt, für die unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichen Note-Typen können dann auch unterschiedliche Regeln gelten. Wichtig aber ist, dass dieser Miner hier eine gewisse Art von Konsens macht, nämlich die Entscheidung, wie der nächste Block aussehen soll oder vielleicht einer der nächsten konflikteten Blöcke im Netzwerk ausschauen soll. Oder der Konsens läuft aber auch auf jeder Note und jede Note hat Dinge, die sie überprüfen muss. Zum Beispiel überprüft eine Note beim Übermitteln eines UTXOs, ob der wohl formatiert ist. Sorry, nicht beim Übermitteln eines UTXOs, sondern beim Übermitteln einer Transaktion, die dann verteilt werden soll. Herrgott. Das heißt, dort werden dann, zum Beispiel bei Bitcoin wird gecheckt, ist es eine Transaktion größer als 21 Millionen Bitcoins oder irgendwie sowas. Dort wird natürlich dann auch gecheckt, wenn ein neuer Block im Netzwerk verteilt wird, ist dieser Block im Fall von Bitcoin jetzt zum Beispiel größer als 1 Megabyte oder mit Segwit größer als 4 Megabyte oder sowas. Sprich, der Konsens, der auf diesen Nodes läuft, hat die Möglichkeit, auch Dinge zu überprüfen und dann einfach einen Block abzulehnen. Was aber dazu führen kann, dass wenn so eine Note möglicherweise dort einen unterschiedlichen Konsens hat, und das ist jetzt auch etwas, was eventuell nicht sofort auffallen muss, wenn jetzt also so eine Note einen unterschiedlichen Konsens zu anderen hat, dann kann es sein, dass mit einem Block, der jetzt was Bestimmtes macht oder in dem was Bestimmtes drin ist, was halt von einer Note-Software nicht akzeptiert wird, aber von der anderen akzeptiert wird, dass es dann einen sogenannten Net-Split gibt. Zum Beispiel, wenn wir hier jetzt Note Nummer D haben und da läuft halt eine andere Software, vielleicht irgendeine experimentelle neue Version oder sowas, und dann versucht B seinen neuen Block zu übermitteln an D, dann kann es einfach sein, dass D sagt, Nö, sorry, dieser Block entspricht nicht dem Netzwerk-Konsens, auf den sich aus meiner Sicht alle geeinigt haben. In diesem Fall ist es so, dass D diesen Block verwirft, aber vielleicht das restliche Netzwerk das anders sieht, und dann kann es sein, dass dieser neue Block von den anderen akzeptiert wird, aber D diesen Block und natürlich alle weiteren, die auf diesem Block aufbauen, zum Beispiel halt nicht akzeptiert. Es ist also sehr wichtig, dass man versteht, dass Konsens einmal bei Minen passiert, Konsens-Algorithmus, dass Konsens aber auch auf diesen Nodes passiert, und zwar dann, wenn was in den Mempool reinkommt, oder dann, wenn so ein Block überprüft werden muss, und eventuell auch noch in anderen Situationen. Warum sage ich das mit anderen Situationen? Man kann sich dort ganz, meistens bei Proof-of-Stake-Netzwerken oder bei Verwandten-Netzwerken kann man sich ganz viele Dinge überlegen, zum Beispiel auch irgendeine Art Accounting-System mit irgendeiner Subwährung, das einem halt nur eine bestimmte Anzahl an Requests oder Transaktionen erlaubt und all diese Dinge. Sprich, es kann mehr geben als nur Blöcke und Mempool in so einem Netzwerk, je nachdem, wofür man sich halt im Design entscheidet. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Vielleicht, ich muss zugeben, es ist sehr schwierig für mich, genau festzulegen, wie viel ich in einem Video packe, wie schnell ich dann die Schwierigkeit abrampe, damit man diesem ganzen Zeug hier noch folgen kann. Stellt doch bitte einfach Fragen unter den Videos oder erzählt mir, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder macht es in dem Telegram-Channel. Und ja, ich denke oder ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ansonsten wird es garantiert auch in den Kommentaren stehen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bis zum nächsten Video beim Kommentieren oder was auch immer ihr macht. Vielen Dank.